oh das war schön 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 jetzt fange ich schon an so zu reden wie space das war eigentlich nicht mein plan aber gut aua warum ist da dieser forsten nein verpasst nein da war kurzer leck war ich durch war ich nicht durch ich glaube nicht warum ist hier immer so ein leck bei dem türkisen ring ich war gerade so gut drin also hat weiß ich auch nicht was das war er hat irgendwie keine raketen bezündet wenigstens sind wir durch den durch gekommen und nein wir haben uns jetzt um 300 punkte circa 300 tics verbessert die haben da einfach den nächsten spieler weggenommen ach ich weiß gar nicht weswegen die funktionieren die haben ja in diesem turnier gespielt alle alle zusammen und damit nicht einer der auf dieser säule ist von dem hier unten weg geportiert wird wird haben die hier weggekommen wer sie haben dann leerzeichen hinterher sollte das wieder funktionieren ja so sind wir und dann gucke ich mal dass ich jetzt hier einen rekord schaffe beziehungsweise wir haben heute in elitra mehrere rekorde geschafft also immer besser wurden wir und machen wir hier jump and run und dann noch mal joe's bogenschieß event und dann noch flockers schweine triathlon das sind immer die gleichen stellen ich glaube die chunks sind alle kaputt bei diesem download ich mache jetzt das an dann sehe ich ja ob das wirklich junk ich habe es tatsächlich schon öfters geschafft ist ich habe schon best score auch hier den habe ich notiert schon bloß heute sind halt einfach so giga die bugs also lex hier war schon mal wieder einer oh mein gott oh mein gott neuer score 837 den notiere ich mir mal kurz der letzte score war 1074 so das score was mal der 837 ich muss gerade mal gucken was hatten wir eigentlich rausgefunden wegen wer der beste wer den besten score hat wenn der war ja kask what kask war da sie mal 56 ich habe 800 ich bin gar nicht ich bin unter 100 tics entfernt von dem besten unserer kask war da als ob ja es wird immer noch ausgezogen oh mein gott war das etwa bullseye ich habe bullseye gemacht weil die glocke ist bullseye weiß ich noch was ist das ich habe zweimal gerade nacheinander bullseye als ob ihr habt zweimal die glocke gehört oh ich schieße ganz woanders hin ich habe Oh mein Gott, ich habe auch da getroffen. Wird das wohl dann ein neues Score werden, wenn ich treffen würde? Ähm, der Bogen ist fast down, 25, 26, 27, oha, einfach zwei mehr als eben gerade. Das sind 155. Ich war generell eigentlich schlechter, weil ich konnte mich dann am Anfang jetzt gerade nicht konzentrieren, weil ich einfach zweimal Bullseye gemacht habe, sonst wäre es besser gewesen. Drei, zwei, eins, go. Ist hier irgendwas da? Relativ mittig, hat Spark gesagt, weil irgendwie außen es so sind. Ah, da speedet er richtig weg. Oh, Volk. Nein. Ich benutze Armbrust nicht so oft. Ja. Ja. Oh Gott. So, jetzt. so knapp halt hier geblieben da kommen wir alle so stop ich bring dich mal rein ich bring dich auch mal rein da sind ja vielleicht doch irgendwo Scores nähe oder?